Stell dir vor, ein Baby kommt auf die Welt und in einer Sekunde ist es 20 Jahre alt. Das ist das, was die Menschen wollen. Die Menschen sind so ungeduldig, wenn es um Prozesse geht, Veränderungsprozesse, wenn sie zu sich selbst finden wollen, wenn sie glücklich sein wollen. Auch Menschen, die Geld verdienen wollen, die wollen immer alles, dass es alles so schnell geht, dass man schnell reich wird, dass man schnell glücklich wird, dass schnell eine Beziehung da ist, dass man schnell ein Haus hat, was auch immer. Alles soll immer so schnell gehen und man wird so ungeduldig. Vor allem bei dem Thema, sich selbst zu finden. Also man glaubt, okay, ich lese ein Buch und plötzlich wird alles anders. Und das beschreibt diese Metapher. Wie schade ist es, wenn ein Baby sofort 20 Jahre ist. Dann fehlen ja die ganzen Erfahrungen. Da fehlen ja die ganzen Hopperlers. Da fehlen ja die ganzen schönen Momente, aber auch die Momente, wo man daraus lernen kann. Dann kann ein Baby bis zum Kindesalter und dann, wenn es erwachsen wird, ja gar nichts erzählen. Das würde sofort passieren und man hat überhaupt keine Erinnerung. Also denke immer dran, an sich selbst zu forschen, ist das Schönste, was dir passieren kann. Weil, und das darf passieren, es ist ein Prozess. Etwas schaffen zu wollen, es verwirklichen zu wollen, das ist ein Prozess. Sei geduldig. Vor allem, wenn es um etwas geht an der Forschung von sich selbst. Wenn man merkt, man möchte einfach mehr zu sich finden, dann ist es echt wichtig, Geduld zu haben. Und den Prozess laufen zu lassen, damit ich dann nachsagen kann, hey, das und das und das und das habe ich erlebt. Und als Duftentipp möchte ich dir die Amyris oder eben Sattelholz, wäre auch möglich, es ist eine Art von Sattelholz, auf alle Fälle ans Herz legen, mit Grapefruit. Und du kannst diese beiden Öle, also jeweils einen Tropfen, zum Beispiel in eine Roll-on geben und dazu ein Jojobaöl und kannst dir deinen eigenen Parfait Roll-on machen. Und somit kannst du dich in Geduld üben. Wenn du bei einer ätherischen Öle noch irgendwelche Fragen hast, kannst du gerne in den Kommentar reinschreiben. Und denke immer bitte an diese Metapher nach, dass es im Leben viel schöner ist, einen Prozess zu haben und einen Weg zu haben, von dem man dann auch berichten kann. Also lebe den Weg, weil der Weg ist das Ziel und der Weg ist der, der dich glücklich macht und nicht das Ziel.